Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier aus den One-Lings-Two Studios in München. Endlich hat es begonnen, das große Meeting in Duwil. Den ganzen August laufen dort die Pferde in Duwil und Clairefontaine. Viele Deutsche sind am Start und großer Sport ist zu erwarten. Wir beschäftigen uns heute mit den Rennen von Sonntag, dem 5. August. Dort ist ein tolles Zweijährigenrennen, in dem zwei deutsche Pferde laufen. Die Stüt Auenquelle hat Global Bang am Start, das ist der Prix de Grand Ville, das erste Rennen. Dann Aldo Beere, der ist schon oft gelaufen, von Stefan Hofmeister, wird in Frankreich trainiert. Aber da ist der neue Dabir Sim drin, Sahawar heißt er. Da hat auch Simon Springer, Christoph Herland, trainiert und er hat sein erstes Rennen gewonnen. Mit einer Aufforderung, wie ein Dietz, doch ist er an den anderen vorbei gerauscht. Ein Pferd für längere Distanzen, man hat große Hoffnungen. Am Donnerstag hat Christoph Herland zwei Zweijährigenrennen gewonnen. Und ich kann Ihnen sagen, Sahawar, der läuft noch besser. Deshalb wetten Sie im ersten Rennen Prix de Grand Ville, Sahawar, die Springer fahren mit Christoph Herland, ein gutes Ding. Am gleichen Tag kommt das Rennen, wo eigentlich Dabir Sim laufen sollte, aber er läuft nicht da. Große Pferde dort am Start, die zu Black Caviar Zweiter waren und Dritter, das sind Morning Cloud und Resti d'Argent. Die waren ja von Black Caviar nur ganz knapp geschlagen mit einer Nase. Auch aus einem großen 400.000 Euro Rennen kommt The Cheka aus England und der alte Marchandor, mein Lieblingsschimmel, ist dort am Start. Aber normalerweise die beiden Runner-up zu Black Caviar, Erste Sahne, Moonlight Cloud und Resti d'Argent. Unser Tipp im Prix Maurice Guest in Duville am Sonntag, dem 5. Gruppe 1, um 250.000 Euro. So, dann kommen wir, wir haben ein bisschen chronologisch geordnet zu Goodwood. Ende der Goodwood-Woche ist am 4. August. Issy Top läuft dort, die vierjährige Stute, ein sehr, sehr gutes Pferd, fünfmal hintereinander gewonnen. Gruppe Rennen, John Gosten, William Buick, das siegreiche Paar ja in so vielen Rennen. Aber dagegen haben die O'Brien-Pferde etwas und zwar was mit Ryan Moore diesmal im Sattel. Das ist das Pferd, was das Stutenderby in England gewonnen hat und was vierter im Stutenderby in Irland war. The Fudge mit Richard Hughes, auch zweite Farbe von John Gosten, Lloyd Webber, der Besitzer, der berühmte Komponist der Musicals. Aber Issy Top, obwohl sie viereinhalb Kilo weg gibt, sollte der Sieger sein. Issy Top in Goodwood in den Nassau-Steaks. Und dann zu unserem deutschen Höhepunkt, großes Geld, 400.000 Euro im Henkelpreis der Diana in Düsseldorf, 230.000 für den Sieger. Ein deutsches Pferd läuft das letzte Mal in deutschen Farben nach Australien verkauft. Auf Salomina mit Philipp Merarick, sicherlich erste Chance. Anders Starke darf nicht reiten. Der hat die Sperre von den Dreamen abzusetzen. Imaginary aus dem Gestüt Flenderhahn ist nachgenannt worden. Alle Leute wetteln immer. Waltraut, die geht mit Josef Boiko und aus München kommt High Heat aus dem Gestüt Ammerland am Start. Sehr gute Pferde. Michael Barcelona reitet Wildrossel aus dem Gestüt Röttgen. Und jetzt habe ich die Hauptcharter gesagt, nur ein Franzose in deutschem Besitz war. Omana ist am Start mit François Verron. Ich gehe mit Salomina. Das ist die Abschiedsvorstellung für das Gestüt Bruna, was ja aufgelöst wird. Ein Traditionsgestüt der Familie Harzheim. Das sollte der letzte Sieg sein. Und sage, Waltraut ist das 2-3-Pferd und High Heat wird gut laufen. So, das war sie, unsere kleine Vorschau durch die europäischen Rennen am Wochenende. Wir wünschen alles Gute. Schaffen Sie was an 1x2 in den Läden im Internet. Ihr Partner für Ihre Wetten. Alles Gute und Tschüss.